So let's ride, let's ride Was haben Charli XCX, Moe, Leith, Vince Staples, Kendrick Lamar und Madonna gemeinsam? Sie alle lassen Songs von Sophie produzieren. Und die ist drauf und dran, den Pop zu erneuern. Die schottische Produzentin mit Wohnsitz in L.A. hat sich einen Namen gemacht mit überquirligen Sinti-Sounds, unbezwingbaren Ohrwürmern und brachialen Avant-Garde-Beats. There's a lot of confusion around how genuine pop music is and experimental music. I try to imagine a hyper-real world of sounds that we're sometimes used to from blockbuster films and that kind of thing. Sounds which cartoonise and exaggerate naturally occurring organic sounds and phenomena and materials that don't exist at the moment. An example would be, there's like a piano that's mountain size high and imagining what the sound of that piano would be, if the string was that large. Bis auf die Stimme sind bei Sophie's Produktionen alle Klänge, Beats und Instrumente von Grund auf synthetisch modelliert. Von voraufgenommenen Samples oder gar klassischer Instrumentierung hält sie nämlich gar nichts. Die schottische Produktionen alle Klänge, Beats und Instrumente von Technologie, Beats und Instrumente von Technologien. Well, you have the possibility with electronic music to generate any texture, in theory, and any sound. So why would any musician want to limit themselves? You want to work with the most powerful tools you can work with. And in the past that may have been a piano or a guitar, but now I think the power of software synthesizers is something that all musicians, I would think, would want to harness. I was probably like eight years old or something when I started doing electronic music. Just going into the shops, that was like my fantasy land in electronic music instrument shops. I was pretty isolated in my interests in those things and I was really looking for people that I could connect with and it took a long, long time. Probably, you know, not until I met a lot of the PC Music people and found people that had similar interests and skills to me. Mit dem Londoner Kollektiv von PC Music verbindet Sophie von Anfang an die Liebe zu überdrehtem Pop und künstlichen Hochglanz-Konsumwelten. Das geht sogar so weit, dass sie zu ihrem gemeinsamen Song Hey Cutie einen fiktiven Energydrink erfinden, inklusive Produktvideo. Sophie Zabes bleibt während dieser Zeit anonym, jahrelang gibt es wilde Spekulationen über ihre Identität, ihr Aussehen und ihr Geschlecht. Bis sie Ende 2017 dieses Video veröffentlicht. In It's okay to cry zeigt Sophie erstmals ihr Gesicht und ihre unbearbeitete Stimme. Fans und Medien feiern es als großes Statement, sie selbst sieht das wesentlich nüchterner. I was quite disappointed in a lot of ways with the way it's received, because it displayed a lot of the hang-ups that people have around needing requiring image to be attached with music. I just felt like I could use my body more as a materialist and as something to express through and not fight against. And that was really the shift that happened. Dafür gibt es jetzt auch gleich das volle Programm. LED-Wände, Tänzerinnen, Choreografien. Auch das Privateste wird von Sophie auf die Bühne geholt. Wie hier bei einer Galerie-Performance mit ihrer Freundin Seth Montana. Wie hier bei einer Galerie-Performance mit ihrer Freundin. Und ich wollte mehr der Sound-Welt, die um die Songs zu vermitteln. Und das ist die Geschichte der Wirklichkeit, der unserer Freundin. Und das ist die Intimate und... ...Harmfell. Gerade läuft Sophies Welttournee. Demnächst sollen gleich drei neue Alben erscheinen. Und Lady Gaga hat auch schon angeklingelt. Auf den Lorbeeren ausruhen ist nicht. In einer festgefahrenen Industrie erneuert sich der Pop schließlich nicht von selbst. Es ist eine große Menge Arbeit, die sich sozial und kulturell gemacht haben. Wir können es jetzt schon kaum erwarten. Untertitelung des ZDF, 2020